Ich kann da nix weiter machen. Drilling. Drilling ist schlimmer als... Drilling. 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 Das ganze Feld ist hier einfach scheiße. Einfach scheiße. Es ist einfach alles durch scheiße da. Mein, meine Fresse. Guck den Scheiß doch mal an, ey. Hier oben. Wenn das. Wenn das. Wenn das. Ja, wenigstens Full House. 1, 2, das sieht ganz gut aus, 3, 4, aber trotzdem Full House. Ja, mit dem weißen kann ich jetzt nichts mehr reißen. Der ist hier deplatziert, der Superwürfel. Der da oben, der Superwürfel da oben, der ist echt deplatziert. Geh weg von mir. So, was habe ich denn noch? Weiß. Was habe ich denn noch? Ich meine, ich will es sowieso verlieren. Ich weiß, es ist sehr demotivierend, was ich sage, aber guckt euch die Fakke mal an. Das Feld ist einfach scheiße. So. Ist ja genauso beschissen. Sorry für das Wort, aber es ist einfach so. Das schaffe ich nie im Leben, das kannst du ja vergessen. Selbst wenn ich zwei Flushes hintereinander schaffen würde, das wäre nie im Leben möglich. Das haben die schon so gelitten gemacht, das geht gar nicht. Das ist einfach unmöglich. Das ist... Guck doch den Scheiß doch mal an, Alter. Ja, mach hin, ich will hier einfach nur fertig machen und hier, leck mich am Arsch. Ich mach hier einfach so, leck mich am Sack. Und... Ja... Hier, Alter. Hier, hier, hier. Leck den! Leck ihn, Alter! Leck den Finger, Alter! Leck ihn einfach! Meine Fresse! Sorry, Leute. Ich könnte so kotzen gerade jetzt. Ey, ist einfach unnormal, ey. Oh, ein Vierer. Ein Vierer ist sehr gut. Ich konnte gerade mit dem Bonus funken. Ah, damit kann ich immer noch nichts reißen. Ach, Mann. Ich könnte so kotzen, ey. Ich könnte so kotzen, ey. Weiß habe ich nicht mehr. Joker. Drilling. Wie ist denn etwas? Okay. Mal schon tot. Glau ist eigentlich sehr gut. Schon mal ein Drilling. Alter. Wie viel Glück muss man hier denn haben, Alter? Mal ganz ehrlich, was soll denn das? Bam. So. Zwei. Drei. Ah. Oh. Da habe ich noch ein Dreieck? Nein. Habe ich nicht. Nein, ist alles scheiße. Nein, ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Ein Glücksspiel ist das. Einfach nur Glücksspiel. Anders kann man das gar nicht definieren. Gut, ich hab ein Zierling. War das einfach nur Glück? Einfach nur Glück. Einfach nur Glück. Ja, 4 wie 9 ist das? Was? Wie lange ich mich schon auf? 49 Minuten, alter. Muss man mal Pause machen. Alter, ich mach auch bald nachher auch eine Pause, wenn das nicht funktioniert, hier, alter, ganz ehrlich. Dann bin ich so am Verzweifeln einfach. Das glaubt man gar nicht. Mit dem scheiß Nomadens Paare. Was will ich mit einem Paar, ey? Wenn ich ein Paar brauche, dann gehe ich zur Partnervermittlung, ganz ehrlich. Alter. Oh, ich geh auf Partnersuche. Ah, ah, ah. Oh, Mann. So. Ja, weiß ist scheiße. Gelb ist ganz gut. So. Weiß. Ich weiß. Ah, ah, ah. Das wird doch schon wieder nichts. Was soll ich denn da alles machen? Soll ich hier nur Flaschs kriegen, oder was? Das ist doch krank. Alter, das... Ey, ich hab echt kein Glück hier. Nichts. Mir wird hier nichts gegönnt. Nichts. Sag ich halt, mir wird hier nichts gegönnt. Gar nichts. Wird schon wieder verloren. Wird schon wieder verlieren. Alter, es ist doch... Es ist doch nicht normal. Was geht? Es kann doch nicht normal sein, Alter. Es gibt es doch nicht. Tut ihn den scheiß doch mal an, ey. Ja, letzte Hand, dein Vater, Alter. Hier, letzte Hand. Batsch! Einfach mal in die Fresse. Alter. Ja, Vierling. Der wird aber auch nichts mehr reißen. Alter, dein Vater, ey. Ganz ehrlich, ey. 52. Gut, Leute. Ich mach erstmal eine Raucherpause. Ich... Oh, ich... Muss ich mich erstmal beruhigen. Bis dahe, Leute. Wenn's wieder heißt. Ne? Nein, ich... Komm mal gleich wieder. Bis dahe, Leute. Tschü. So, da bin ich wieder. Ja, ähm, wir waren ja bei Poker, bei Poker-Face, ha ha ha, das war ja so gelitten. Oh man, warum muss das so gelitten sein? Zwei Paare, ey. Oh, Alter. Sorry, dass ich so demotiviert bin, aber... Alter, ganz ehrlich. Das ist einfach unnormal. Alter. Oh man, ey, 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 ey. Alter. Wow, ich bin so begeistert. Meine Begeisterung rum kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach nur von Glück abhängen. Das ist einfach nur Glück. Einfach nur Glück hier, ey. Ganz ehrlich. Einfach nur Glück. Das ist nur Glück. Das ist so krank. Alter, ich... Ey, es ist so gelitten einfach. Ich weiß gar nicht, was sie dazu sagen. Und die Sache noch vom Let's Play, ja. Oder ich dachte mir noch vom Let's Play, ja. Kann nicht so schwer sein. Habe ich ja so... Kopf juckt. Habe ich ja so gut hingekriegt und... Wenn ich das Play mache, dann... Wird das ja gut laufen. Also... Lass man das Play vom machen. Natürlich. Alter, ey. Ganz ehrlich. Ich frau mich grad, warum ich das hier mache. Wie gesagt, das ist wie bei Grom mit Grim Tales. Alter, ich... Ich... Ich krieg noch einen blauen hin. Nein, natürlich nicht. Oder einen roten. Ich geh jetzt schon raus. Alter, ich... 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 Sorry, dass ich so demotiviert bin gerade. Aber... Alter... Es ist... Nein, den wollte ich nicht. Oh... Ich hab jetzt irgendwie dann... Dingsmann... Habe ich beides noch. Hä? Ein Drilling... Drilling... Ja... Letzte Hand... Das ist doch eh nix. Was ist das? Äh... Das ist einfach nur demotiviert... Das ist einfach nur demotivierend sowas, Alter. Das ist ganz ehrlich. Das ist... Einfach nur krank... Und wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich irgendwas anderes. Das ist einfach krank. Weil... Ich... Ich... Einfach... Ich könnte einfach nur kotzen bei dem Scheiß. Mann. Lawine. Dann mache ich Lawine. Dann mache ich Lawine. Dann mache ich Lawine erstmal. Ja, dein Vater. Kann ich das Fenster eben verschieben? What the fuck? Da ist es nicht nur. Das ist noch aber... Dann mache ich das ein Teil. Ja, dasınıнали. Langsbury. Als obat. Der der dem Ja, ich fail jetzt. Ja, ich fail hier. Fail! Vor allen Dingen, wie soll das einen motivieren, wenn man dauernd failt, ganz ehrlich. Alter. Da rückt die, da rückt die Motivation auch, da rückt die Motivation doch automatisch auf, äh, alter, leck mich am Arsch, weißt du? Alter. Wenn man hier dauernd, wenn man hier dauernd failt, dann, dann hat man da auch kein, kein Bock mehr drauf. Was geht? Und hier, ein scheiß Feld hab ich hier schon wieder. Alter. Hö, ist der verloren, hö, hö, hö. Hö? Ja. Alter, dein Vater ist game over, dann mach ich lieber... Dann mach ich lieber Poker wieder, alter, alter. Alter. Ich könnte hier sonst was durch die Gegend schmeißen, ganz ehrlich. Ich verschluck meine Aggressionen gerade. Alter. Ist so nie wahr, ey. Alter, wie soll das denn gehen? Ich hab vorhin fünf oder sechs Full Houses gehabt. Wie soll das denn gehen? Wie soll man das denn machen? Ganz ehrlich. Wie soll das gehen? Das ist doch krank. Wie soll das denn gehen, bitte? Ja, zwei Paare, dein Vater, alter, ey. Boah, ich könnte gerade schon wieder so durchdrehen. Das geht gar nicht, man. Das geht gar nicht, man. Drei. Vier. Alter, ich kann so durchdrehen, ey. Ich kann das nur immer wieder betonen. Sorry, dass ich so demotiviert bin, aber alter, das... Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Ganz ehrlich. Was soll denn das? Was soll man denn da machen, alter, das... Das ist so gelitten, das... Da findet man keine Worte mehr für, ganz ehrlich. Was soll denn das? Das ist so krank. Das... Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich nicht. Das ist so krank einfach. Das ist so krank einfach. Einfach zu krank. Ja, hier ist Spektrum, ja. Hä? Oder ein paar, noch schlimmer. Alter, ganz ehrlich. Wie soll man denn das machen, alter? Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Ja, ich höre.